Die Märkte spielen mal wieder komplett verrückt, aber wie du davon profitieren kannst, das erfährst du hier in diesem YouTube-Video. Hey, mein Name ist André und ich nehme dich mal wieder mit in den Gold-Chart, genauso wie den Euro-US-Dollar-Chart. Und wir gehen Step-by-Step durch, wie du den in dieser kommenden Woche oder in der nächsten Woche noch profitabel traden kannst. Und damit gehen wir direkt rein in den Chart. So, und damit wären wir auch schon drin im Gold-Chart und was haben wir da jetzt für eine Situation im 4-Stunden-Chart? Wir haben folgendes, wir sind gerade dabei eine neue Long-Position hier aufzubauen, beziehungsweise wir kommen gerade noch hoch. Bis zu welchem Level erwarte ich das? Also, das Ganze ist ganz einfach, wenn wir das Ganze mal aus Sicht der Elliot-Wellen mal wieder betrachten, dann haben wir hier den Nullpunkt, das ist erstmal das nächstgelegene Higher High. Dann haben wir hier die Welle 1 und wir sind hier dabei, gerade die Welle 2 laufend abzuschließen. Wie weit nach oben kann diese Welle 2 jetzt noch gehen? Denn diese Welle 2 ist theoretisch schon komplett ausgebaut und kann jetzt schon, so wie sie ist, komplett nach unten gehen. Wenn ich mir aber den RSI angucke, haben wir da noch ein bisschen Platz nach oben. Das heißt, wir könnten hier oben am 65er Fibonacci beispielsweise eine neue Short-Position hinterlegen, um den Markt im Goldpreis weiter zu shorten. Das ist hier eine ziemlich lukrative Trading-Idee, wie ich finde, weil dieser Bereich hier unten auf jeden Fall noch abgeholt werden muss. Aber das erzähle ich dir ja auch schon in den letzten Videos von mir. Das heißt, du kannst jetzt hier mit einer gut platzierten Short-Position enorme Gewinne nach unten mitnehmen. Was erwarte ich dann? Natürlich geht es nicht dauerhaft short in den Märkten. Das heißt, ich erwarte, wenn wir hier unten reinkommen in diese Box irgendwo beim Level bei 1972, sollten wir dann auch schon zeitlich umdrehen. Das Ganze kann aber auch noch ganz bis hier runter gehen, weil wir sehen ja hier auch noch im Chart, im 4-Stunden-Chart eine große Inbalance. Und das wissen wir, die Märkte holen sich natürlich gerne diese Inbalancen wieder. Und genau, es könnte noch etwas tiefer gehen. Langfristig erwarte ich natürlich im Goldpreis steigende Preise. Aber kurzfristig bzw. mittelfristig gehe ich noch von einer Korrektur aus, die wir hier erfolgreich nach unten traden können. Ja, und das war jetzt erstmal meine Idee bzw. mein Marktupdate in Form von dem Goldpreis. Ich möchte mit dir jetzt nochmal in den Euro-US-Dollar-Preis gehen. Was können wir da erwarten? Auch da habe ich dir, wenn du meinen Kanal verfolgst, erzählt, dass wir hier unten diese Zone auf jeden Fall nochmal antesten werden. Und dann wieder langfristig Positionen aufstocken können und long gehen können im Euro-US-Dollar. Mich würde mal interessieren, wie profitierst du von meinen Analysen bzw. setzt du diese um und tradest du das auch mal nach? Ich würde mich freuen über einen Kommentar, natürlich einen Daumen nach oben oder ein Abo auf meinem Kanal, wenn du ihn nicht schon bereits abonniert hast. Also, wenn ich mir auch das ganze Thema hier im 4-Stunden-Chart, ihr wisst es ja, ich gehe ja immer sehr, sehr gerne mit der Elliot-Wellen-Theorie in die größeren Chartbilder rein. Einfach nur um größere Markttrenden oder Trendwänden dann zu erkennen. Und da ist es schon ziemlich einfach, da haben wir jetzt hier die Welle 2 beendet, bzw. hier unten, das kann sie gewesen sein, die Welle 2. Ich gehe mal ganz kurz in den Stunden-Chart hinein, nochmal ein bisschen näher rein. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel auch in dieser Position beim 0,5er Fibonacci, habe ich mir langfristig meine Position hinterlegt. Und wenn wir uns hier jetzt in einer laufenden Welle 3 befinden sollten, haben wir jetzt noch Platz nach oben. Also, wie gehe ich davon jetzt genau aus? Ich erkläre dir das nochmal kurz. Dazu mache ich hier diese ganzen alten Zeichnungen einfach mal weg, weil die sind jetzt nämlich abgearbeitet. Ich aktualisiere ja meinen Chart auch regelmäßig immer mit dir, damit du da natürlich den besten Überblick hast. Und wenn wir hier von den Elliott-Wellen ausgehen, hier unten ist der Nullpunkt, hier oben haben wir die 1 gemacht. Hier unten haben wir jetzt die 2 gemacht, hier oben kommt die 3, dann wird hier eine Korrektur kommen. Und die 5, bevor wir dann erstmal langfristiger wieder runterkommen sollten, irgendwo in diesem Bereich. Aber dafür müssen wir erstmal hier oben hinkommen. Wie können wir jetzt aber hier diese Position nochmal traden? Das heißt, wenn du nochmal langfristige Einstiege im Euro-US-Dollar suchen solltest, dann solltest du dir auf jeden Fall diesen Bereich hier unten nochmal angucken. Ich markiere es dir mal gerade. Es ist natürlich so, dass wir hier auch natürlich runterkommen könnten nochmal und nochmal ein weiteres, höheres Tief ausbauen in diesem Bereich. Aber aktuell sehe ich das gerade nicht so. Wir haben hier unten diese Inbalance, die könnte geholt werden. Das würde auch so ein bisschen übereinstimmen mit dieser 200er EMA-Linie, die hier gerade wahrscheinlich dann schnurstags nach oben geht. Und was wissen wir? Wir wissen natürlich auch, dass der Kurs ja immer wieder von dieser 200er EMA-Linie angezogen wird, wie ein Magnet. Das heißt, wir könnten hier jetzt nochmal runterkommen, dieses Gap schließen und könnten hier dann nochmal Kraft sammeln für einen weiteren Long in Richtung nach oben. So könnten wir jetzt erstmal primär vom Euro-US-Dollar-Aufschwung profitieren. Und damit beende ich auch schon meine Marktanalyse für diese kommende Woche. Ich hoffe, das Video hat dir natürlich absoluten Mehrwert geboten. Ich würde mich über ein Like, über einen Kommentar und natürlich über ein Abo riesig freuen. Damit würdest du mir selbst nochmal die Bestätigung geben, dass ich hier mit meinem Content dir auch wirklich helfen kann. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Dein André. Vielen Dank.